...wer zu fassen sind. In Hohenzell im Innviertel sorgt eine Gedenktafel für den inzwischen verstorbenen Kardinal Hans-Hermann Grohr für Aufregung. Eine Plattform fordert die Entfernung der Tafel, die auf einen Besuch Grohrs hinweist und just neben einem Bibelzitat hängt, das an den Schutz Ungeborener erinnert. Grohr musste bekanntlich wegen des Verdachts, Buben sexuell missbraucht zu haben, zurücktreten. Der Müllstein hängt nicht mehr an der Außenmauer der Kirche von Hohenzell im Bezirk Rie. Das sogenannte Mahnmal für Ungeborene ist derzeit wieder in seinem ursprünglichen Zustand. Neben dem Bibelzitat, wer aber eines von diesen Kleinen wird an einen Besuch von Kardinal Grohr erinnert. Der Obmann der Plattform Betroffene gegen kirchliche Gewalt hat vergangene Woche einen Kopf des Kardinals und einen jahrhundertealten Mühlstein angebracht. Denn in der Bibel heißt es weiter, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ersäuft werde. Grohr musste als Kardinal zurücktreten, nachdem bekannt geworden ist, dass er mehrere Buben sexuell missbraucht haben soll. Ich kann nur dazu sagen, diese Missbrauchsleugnung, die offensichtlich von fundamentalistischen Kreisen der Kirche ausgeht, ist eine Form der Missachtung Betroffener und eine Demütigung und Verhöhnung Betroffener. Und das können wir nicht hinnehmen. Wir wollten auch dem Hohenzeller Pfarrer Josef Bauer Gelegenheit zu einer Stellungnahme geben. Doch er wollte nicht. Am Telefon sagt der als äußerst konservativ geltende Kirchenmann, den Hinweis auf Grohr zu entfernen sei derzeit kein Thema, es habe keine gerichtliche Verurteilung des Kardinals stattgefunden. Zu einem Prozess ist es zwar nicht mehr gekommen, doch selbst sein Nachfolger Schönborn und andere Bischöfe sind zur Überzeugung gelangt, dass die Vorwürfe im Wesentlichen zutreffen. Schon vor Monaten hat die Diözesane Kommission gegen Missbrauch und Gewalt den Pfarrer aufgefordert, die Inschrift zu entfernen. Leider hat der Pfarrer von Hohenzeller nur sehr kurz darauf reagiert. Er hat uns wissen lassen, dass es bei der Tafel bleibt. Und er hat insbesondere darauf hingewiesen, es gäbe kein Urteil, das gegen Kardinal Grohr ausgesprochen worden sei. Bei einem Lokalaugenschein finden wir den Mühlstein, der Kopf bleibt jedoch verschwunden. Die Opfervertreter möchten erreichen, dass dauerhaft ein Hinweis auf die Missbrauchsvorwürfe mit Rundforschussvorwürfe und mit Rundforschussvorwürfe